Musik Wo würden Sie eigentlich einen gebrauchten Bagger finden? Eine Suche bei Google nach gebrauchten Baggern ist quasi eine Zufallstreife. Und die Verkäufer haben heute Probleme, Käufer im Internet zu finden. Und dabei sind die Daten und die Marktplätze alle schon da. Das ist ein Schatz, den einfach noch niemand gehoben hat. Wir müssen nur zugreifen, alles einsammeln und für uns nutzen. Mit unserer einzigartigen globalen Suchmaschine für Gebrauchmaschinen bringen wir den Verkäufer und den Käufer zusammen und lassen so Geschäfte entstehen. Ihr und unser Team, wir sind heute schon auf dem gesamten deutschen und englischsprachigen Markt unterwegs und werden morgen die Weltherrschaft an uns reißen. Sie hätten wir gerne dabei, weil wir wissen, dass Sie in wachstumsfähige Unternehmen investieren und an der Stelle ein Mehrwertvorschlag.